Da kam grad noch ne Harbinger aus Haruko rüber, von denen. Ey, Kathos, wir werden als erstes sterben. Ich glaub ich, okay. So, konzentriert euch, ich möchte nur, dass Crems angesagt werden. Paddel, Trick, nicht bewegen. Hm? Nicht bewegen? Mach mal Fraps an, hör. Ist an, ist an. Ja, ich mach auch an, Mann. Ja, gut, gut. Oh, ich bin hier alle direkt so. Nicht neben uns. Ich neben uns? Nein. 16. 17 bis 20, so ungefähr. Ah, bürnt da rein. Primary ist die Thorax von Cerberat irgendwas. Ist gebrodcastet. Attacke rein da. Afterburner an. Wurzschladen und auf die Thorax. Secondary ist... Die Omen ist... Die Omen in uns drin. V-Omen. Erst auf die... Omen hat Punkt. Der Schaden direkt broadcasten, ja. Wir switchen auf die Omen. Um die richtigen Linsen und so. Okay. So. Omen ist Primary. Secondary ist die Mala. Von Rashab. Andersrum. Neuestes Secondary ist die Omen von Gant. Die Omen dann als nächstes. Nicht die Mala. Die Omen. Bleibt auf der ersten Omen. Kommt. Und jetzt auf die zweite Omen. Hast du gerade das getan, was ich geglaubt hab? Ich weiß es nicht. Ich hab den FC weggeknallt. Ja. Du bist der Held. Ach fuck, sorry. Rapture. Rashab hat Punkt. Ja, Rapture. Von den Dings. Von Klon. Ja, wir haben ja noch einen. Als nächstes dann die Mala. Von Rashab. Wir haben ja noch einen FC. Passt schon. Fuck. Geht auf die Rapture. Von Klon. Geht auf die Rapture. Von Klon. Komplett auf der Rapture. Geht in range. Und klar. Okay, jetzt auf die Mala. Die Reps auf der Gond mal overheat. Aber es geht gerade. Auf Rashab. Secondary ist die Wechsel von Sir Lilith Salot. Die hat schon einen Punkt. Okay. Ja, hat sie. Okay. Oh, was anderes? Ich, okay. Buck und Punkte. Die Harbinger. Okay. Geht auf die Mala. Danach auf die Wechsel. Erst noch auf die Mala. Die Wechsel von Sir. Agora. Captain Kenshin hat Punkt. Okay. Secondary ist die Agora von Wesan. Tyrakol. Erst noch die Wechsel. Rapp mal den Bucktoon. New P drauf. Okay. Jetzt auf Wesan. Wides thrust Biscup,悶 Schaden. Secondary ist ... Is die Raptor von Captain. Die Agora-Navy möchte ich einfach newsletterabel machen. Aber ich hatte keinen Punkt. Der Starsur现 Harbinger hat einen Punkt. Okay, Slowwash ist Secondary. Erst auf die Augora Navy. Malagrim Reaper Punkt. Okay. Bleibt auf der Navy Augora. Und danach auf Slowwash in der Habinger. Jetzt auf die Habinger. Holt neue Punkte bitte. Grim Reaper hat immer noch Punkte, Mala. Okay. Macht bitte Scram auf die Habinger, dann punktet Paktun Heto Agura. Habt ihr gehört? Hast du beschadzt Scram? Eto Agura hat Punkt. Okay. Secondary. Geht raus. Ähm, Talon in der Habinger, aber... Geht auf die Mala von Grim. Grim. Grim, Mala. Nicht auf die Habinger. Nicht auf die Habinger bitte. Soll ich Punkte auf die Habinger setzen oder Hattie? Ja, macht bitte einen Punkt drauf. Ja. Dann geht Agura, Eto, Punkt verloren. Mach ein Punkt auf der Habinger. Primary ist die oben. Die ist auch bei uns hier. Kalischer. Ja. Kalischer, sorry. Ja, die da. Und haltet den Punkt auf der Habinger. Ja. Und als nächstes die Thorax von Cerberat. Cerberat oder sowas. Bitte? Und haltet den Punkt auf der Habinger. Ja, Habinger hat Punkt. Die habe ich in irgendeinen Sinn. Scheiße. Die andere hat keine Punkte. Ähm. Macht die Thor... Äh, Habinger noch. Rick, schreib ihm wenigstens sorry, ja? Ich dachte, ich hab gar nicht drauf geachtet, wen du callst, ne? Du bist so'n Lappen. Nur so, by the way. Ich weiß, scheiße. Drohnen rein. Äh. Ist egal, die hatten ja noch einen. Fuck. Ich hab grad nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hab nur auf den Schiffstücken geguckt. Ähm.